Die Guttanger-Gremienmärkte gibt es schon seit 1542. Das heißt, wir haben ihn heute zum 477. Mal eröffnet. Der Brauch von der Leute im Daring ist, dass wir die Marktfreiung tragen. Das machen wir schon zum 60. Mal im ganzen Norden herum. Während der ganzen Veranstaltung machen verschiedene Vereine vom Daring das Programm mit, zum Beispiel die Feuerwehr, die Volksschule oder auch der Gesangverein. Am Sonntag geht es dann für uns als Gruppe noch einmal durch den Markt. Da wird durch den Markt die Dance, wir gehen essen, schmilkern ein bisschen und da geht es noch zu einer Runde Dagger da und heute vorm. Vielen Dank. Vielen Dank.